Was ist denn das, wenn es fertig ist? Willkommen in der Nacht, Kollegen. Du hast ein Auge auf sie geworfen. Schon eine ganze Weile. Na, willst du mich nicht einladen? Die Süßwaren Marion findest du wohl ganz süß, nicht wahr? Wir trinken Kaffee. Die Kleine mag dich wirklich sehr. Aber du darfst ja nicht wehtun. Nein. Das hab ich falsch gewonnen. Nichts, das hat doch nicht einfach alles was mit dir zu tun. Was würdest du dir wünschen? Ich mein, einfach so. Alles.